UNTERTITELUNG Dann kommt mal mit Na endlich Oh shit Was hat sie mit Absicht gemacht? Diego, fass! Diego! Auf den Schutz unseres Landes Auf die Freiheit Wer ist das? Das ist Becky Du hast mir meinen Hund weggenommen Nein! Sollen wir die Polizei holen? In der Schorne liegen genug Waffen Um morgen im Rathaus einen Aufstand zu beginnen Findet sie und gebt ihr den blöden Kläffer! Wir hatten ne schöne Zeit Es ist noch nicht vorbei In der Schorne Wir hatten eine Anliegenung Und die Schorne Sie haben die die Technik